Ich hatte vor zu kochen, es soll mal was anderes sein Also fragte ich den Freund und zum Essen lud ich eine Freundin ein Mein Freund sagte mir, ich hab ne Idee, du könntest was mit Lauch machen Ich fragte, ist das nicht langweilig? Da sagte er, nein, da gibt es spannende Sachen Also kaufte ich Lauch ein und kochte und es klingelte an der Tür Es war die erwähnte Bekanntschaft und sie war wirklich nett zu mir Badum, Badum, uh, wir fingen an zu essen und der Lauch schmeckte ganz okay Aber längst nicht so kalt wie behauptet, sondern wirklich nur irgendwie okay Und auf einmal fragte die Freundin, willst du mit mir ins Bett? Ich blinzelte kurz und bejahte, denn sie war wirklich hübsch und nett Doch als wir so grade dabei waren, fand ich's nett, aber auch nicht viel mehr Und mir kam da ein Gedanke, der beschäftigte mich sehr 6, du dir beschätzt, auch halt 6, du dir beschätzt, auch halt Als es vorbei war, wollte ich aufstehen, doch ich machte das Licht nicht an Es war ja im Dach schon doof genug, da wollte ich uns in Restromantik bewahren Ich stand auf und packte durchs Zimmer, ich konnte fast gar nichts sehen Doch es war ja schließlich meines, da kann man auch mal ohne Licht durchgehen Plötzlich sah ich am Boden die Weinflasche, steh' nicht wie aus und trat das Glas Mit blutendem Fuß fiel ich in das Regal, als es runterkam, am ist es klar 6, du dir beschätzt, auch halt Nicht froh Mit 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 froh